Jo moin Leute, herzlich willkommen zum vierten Spieltag in der Fußball-Bundesliga-Saison und 20, 20, 20, 21, los geht's. Euterung 15, 30, Skater BFC gegen VfW Stuttgart, 1 zu 3 für Stuttgart, FC Augsburg gewinnt gegen RB Leipzig, 2 zu 1. SC Freiburg verließ gegen FV Werder Bremen, 1 zu 3. 18, 9, 90, Osnabend gegen Opus der Dortmund und mein Schiednis, 2 zu 2, dann Main gegen Leverkusen, 2 zu 3, 4 Leverkusen. Und dann, 2 Eid, Klapp 3 0 4 5 5 6 5 6 Samstag, 23.30 Uhr, Borussia Mönchengladbach gegen VfL Salzburg. Das gewinnt Borussia Mönchengladbach mit 2 zu 1. Dann, morgen um 15.30 Uhr, vor Donau, äh, 1. FC Köln gegen Eintracht Frankfurt, 3-1 Köln und um 18.00 Uhr FC Schalke 04, verliert zu Hause gegen Erdmeister Union Berlin mit 1-2-3. So, das war's nun vom vierten Spielersag. Ich glaube, es sind zwei Bundesliga-Saison 2020-21-Tippspiele. So, wenn euch das Video gefallen hat, vergisst nicht. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mich da, vergisst nicht das Abo. Dann nehme ich die Blogger. Wir sehen uns. Ciao. 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 Ciao.